Und auf der letzten Episode des Tages. Und wahrscheinlich auch den letzten Zeug, was wir hier auf der Insel der Diebe machen. Danach werde ich noch so eine komische Seekrake umhauen. Das freut mich ja gar nicht, dass der Seekraken-Mist jetzt noch kommt. Erstmal müssen wir einen verlorenen Gedumpfen. Es gibt ja auch noch diesen einen... Warte mal da. Ne, ich muss schon hier hoch und dann da in die Höhle rein, oder? Ich bin nämlich gerade schön stumpf nach Karte gelaufen. Und das war bestimmt falsch. Also gehe ich mal von aus. Wir hätten wahrscheinlich erst dann rausgekommen, wenn ich da gewesen wäre und dann rauskriege, dass da nichts ist. War man sicher, dass hier ist diese unberührte... Diese unberührte hat diese Insel auch ganz schön. Hast du deine Taschen überprüft, ob noch alles da ist? Ähm. War eine rhetorische Frage. Natürlich fehlen Dinge in deinen Taschen. Schließlich bist du durch ein Gnodorf gelaufen. Dadurch, dass ich hier diesen, diesen quasi diesen virtuellen Back-of-Holding bei habe, ist es eigentlich auch nicht überraschend, dass mir irgendwas fehlt. Ich würde es ja nicht mal merken, wenn irgendwas weg ist, ne? Äh, ich habe halt so viel Zeug bei. Hä, die Stelle kenne ich. Da bin ich da mal runtergesprungen. Da unten, weil da lag nämlich noch ein Gegenstand. Äh. Achso. Warum loote ich eigentlich noch selber? Das Vieh looted doch für mich. War letztes Mal hier die Höhle auch schon? Ich kann mich nicht erinnern, dass in Rissen 2 hier jetzt, also rechts von dem Lagerfall, wo gerade war, eine Höhle war. Wo kann man hier rutscheln? Wo kann man da runter springen? Dann sind wir da unten am Strand. Okay, das merken wir uns mal für später. Die Kristallhöhle. Die Kristalle soll uns dann bestimmt sagen, dass das hier neu ist. Da drüben ist er in der Truhe. Wo kann ich den Affen rüberschmeißen? Ich glaube, ich muss hier mit Papageienflug jetzt den letzten Meter nicht noch... Gut, gut. Ich kann warte. Ich muss hier nicht mehr anfangen mit Papageienflug jetzt noch irgendwie großartig sparsam umzugehen. Ich werde, glaube ich, ein bisschen... Ich hatte Anhänger... Ja, 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 ja. So, was haben wir hier noch? Nix. Gut. Das ist die Frage... Komm ich einfach so rüber? Hält mich das? Ich komme mit. Fuck, ich habe das noch überlebt. Ach, es war der Gärtz. Ich Papageie mich einfach wieder zurück. Tja! Gar kein Problem. Ich mag Papageienflug. Nur erst halt endlich. Wer weiß, wenn man den noch braucht. Den guten Papageienflug. Was ist das, wenn ich... Irgendwann, dass sich jemandem begegnet, der sagt... Gib mir 50 Rollen Papageienflug. Oder 50 Voodoo-Puppen Papageienflug. Wie stehe ich denn da? Wie stehe ich denn dann da? Achso, denn... Dann bin ich wieder gelackt, Maierde. Meine Ratte. So. F-Pilze. Ich glaube, ich bin mittlerweile gefühlt 100 Höhlen mit diesen Affendingern vorbeigerannt. Wo ich hätte verstehen müssen, dass ich da diesen Affen hätte einsetzen sollen. Ich meine, das ist ja... Es ist ja nicht gerade subtil gemacht, dass du da den Affen siehst. Und dann sagt, hier ist eine Höhle, hier musst du reingehen. Und ich weiß, dass ich, wo ich auf Takarigua war, habe ich das zwischendurch auch schon einmal gesehen, dass... Aha, das ist ein Hinweis, dass hier so eine Affenhöhle ist. Und ich habe es dann auch wieder prompt wieder vergessen, seitdem der... Warum sind die Pils zu grün? Gold, Ring, Ring der List. Spünchen, Proviant. Wie auch immer, dass hier reinkommt. Aber warum leuchten die Steinchen so? Ah gut, das war jetzt auch nicht unbedingt ein Riesenschatz, den ich hier verpasst habe, ne? Was? Ich weiß, wie der Kraken hakt, dann lebst du nicht besonders lang, denn im Magen von der Kraken lebst du nicht besonders lang. Das klingt schon wieder nach einem lustigen Siemenslied. Und anfangs davon haben wir gerade den Ring, nicht den O-Ring der List gefunden. Und der kann... Pistolen plus fünf und Dolch plus fünf. Schmückt eins die flinksten Finger der Welt. Schön. Ich fühle mich sehr enttäuscht, dass die Höhle... Dass die Koboldhöhle keinerlei Referenten auf das Lane hatte. Hä? Wer bist du denn? Hat der aber den... Oh, er hat da Dings entführt. Ich glaube, er muss sterben. Hey, Backpfeifengesicht. Es ist mal wieder Sully. Hey, Arschloch. Hey, Arschloch. Da fletscht aber einer die Milchzähne. Respekt. Was ist dein Problem? Mir passt deine Visage nicht. Also such dir einen anderen Platz zum Rasten. Der hier ist belegt. Du bist ganz schön frech für einen Homie. Und du bist gleich ganz schön tot. Also halt die Luft an. Wird jeder von dir so herzlich begrüßt? Nein, die anderen habe ich von der Klippe getreten. Zufrieden? Nö. Dann hör gut zu. Wer mir dumm kommt, bereut es ganz schnell wieder. Kapiert? Äh. Ich glaube, wir kommen ja aus dem Kampf nicht raus, Dialog, oder? Äh. Bleib mal locker. Ich wollte dich nur aufziehen. Hose voll, oder warum der Sinneswandel? Wenn du nochmal so ein Ding abziehst, ist es aus mit dir. Ich habe trotzdem noch den Drang, ihn umzubringen. Warum bist du hier? Wegen den kleinen Scheißern, die hier rumrennen. Das heißt? Na was wohl? Kies, Knete, Zaster. Sklaven sind sehr gefragt. Wenn du willst, verkaufe ich dir ein. 500 Goldstücke. Oder ich hau da einfach vor das wunderbare Maul. Wegen der Sklaven. Äh. Wie kann man nur so tief sinken? Jetzt mach hier mal keinen auf Moralapostel. Wir müssen alle sehen, wo wir bleiben. Wenn du nichts gelernt hast, dann hast du keine große Auswahl. Tja. Es gibt immer eine Wahl. Du hast leicht reden. Dir hat man doch sicher von klein auf den Arsch gepudert. Mir wurde nie etwas geschenkt. Also erzähl mir nichts. War das jetzt gerade die Batman-Erklärung mit Man hat immer eine Wahl? Und mit der Begründung ist es richtig, anderen alles zu nehmen? Nein, aber es lebt sich leichter mit Gold in den Taschen als ohne. Das müsste sogar jemand wie du verstehen. Hoho. Für die letzte Stufe brauche ich bestimmt 120. Und ich habe nur 116. Wie bitter. Was nützt dir all das Gold, wenn du tot bist? Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du mit dem Beruf ein langes Leben vor dir hast. Klingelt so langsam? Verdammt. Da ist was dran. Da. Ich will dieses Gold nicht mehr. Nimm es und pack den Gnom gleich mit ein. Ich muss nachdenken. Verdammt. Das macht das natürlich etwas schwierig, ihn jetzt einfach Eiskert zu ermorden, oder? Irgendwas stinkt hier und das bin ich ich. Ich muss nachdenken. Hm. Hat jetzt nicht gerade viel bei, ne? Was ist besser? Ein brennender Sünder, der durch die heilige Flamme gereinigt wurde? Oder ein reformierter Sünder, der vielleicht seine Taten bereut? Aber so richtig bereuen tut er seine Taten ja nicht, ne? Machen wir das Geschehen um Geschehen. Ich hoffe, du weißt, wie du... Der Mistkerl klaut hier einfach. Den Grog wollte ich schon gerne haben. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Also versuch gar nicht erst zu klauen. Versuch gar nicht erst was zu klauen. Hallo, Dovi. Naja, alles klar. Das führst du nichts. Kannst du nicht mal übersetzen helfen? Wa? Vergiss es. Was ist... Wo hab ich denn dabei? Ah. Alles wird gut. Du bist frei. Wa? Frei. Du kannst gehen, wohin du willst. Valakampa, okay? Ah. Dovi Valakampa. Gib, gib. Na bitte. Geht doch. Äh. Was wirst du jetzt tun? Na ja, sag mal. Meinst du, die kleinen Kerle da brauchen noch ein paar starke Arme? Sicher. Warum nicht? Na dann versuche ich mal mein Glück. Und hey. Danke, Mann. Haut er jetzt hier ab? Und ich kann hier die Büdel leer rollen? Ne, er folgt mir aber noch rein. Hm. Sollen ihn ja da brauchen. Aber hey, wir mussten ihn nicht töten. Das ist ja eigentlich schon mal viel wert, oder? Der Mistkerl flucht dir einfach. Na gut. Mir ist nicht mal der Sibazert dafür gönnt. Das ist ja ein Elend. Na gut. So, das hätten wir denn. Dann fehlt hier nur noch... Muss er einen Hammer füllen. Das kriegen wir doch... Ne, weil halt. Jetzt bin ich ja bei einer... Jetzt bin ich ja bei einer Rotze-Potidium. Das wäre ja falsch gewesen. Wir wollen ja noch runter an die Klippe. Wenn wir jetzt hier die Kurse-Insel fertig machen, dann wenigstens ordentlich, ne? Wir haben auch leider keine Schätze hier unten. Das ist noch ein bisschen bedauerlich, endlich. Gibt's hier oben noch was? Ein schwerer Goldsack. Manchmal, ne? Ich frage mich aber, was die Leibwache jetzt macht. Weil der Typ war ja wahrscheinlich auch voll da drin im Sklaven-Game. Und jetzt ist er ja so ein bisschen arbeitslos, ne? Weil ich mir jetzt schon ein Hüter-Drasse sich jetzt bekehrt hat. Aber eher nicht. Das ist nicht notwendigerweise. Oh, nein. Ich kann es aus irgendwelchen Gründen nicht aus vollem Sprint von einer kann zur nächsten springen. Wie kommt Jafar da eigentlich hoch? Ich müsste das mal beobachten. Äh. Oh, das sieht sehr gesund aus. Warum fällt dir eigentlich zu jedem... ...jeden Wort ein Lied ein, T-Ax? Ist ja schrecklich. Wenn die mir dann verlangen müsste, dass mir andere Lieder einfallen würden. Ich hab neulich... Nein. Okay, das Trend hier zu treffen ist gar nicht so einfach. Ich hab neulich beim Arbeiten... Also am Montag wieder... Der Eisbär hatte noch Urlaub und der hat halt irgendwie im Schlafzimmer gelegen und irgendwie nichts gemacht, auch nicht zu dösen. Da hab ich mich irgendwie verleiten lassen, beim Arbeiten irgendwie so ein bisschen zu singen. Also ich hab halt die Musik so ein bisschen nachgezogen, weil es ein Lied war, was ich schon oft gehört hab. Wo ich dann auch so meinen Text auch nicht können. Und das hat keine drei Minuten gedauert, bis sie rausgehabt und gesagt, Warte, du singst... Warte, ich hab erst nach zwei Minuten, hab ich glaube ich ne Nachricht für Händel gekriegt mit du singst? Nach drei Minuten stand es da vor mir und hat gesagt, hör auf damit. Ich kann anscheinend nicht so gut singen. Das ist vielleicht auch der eine der Gründe, warum mir bei irgendwelchen zufälligen Wörtern nicht auf einmal... ...unwelche Liedtexte spontan einfallen. Ah ja, ich treffe die kleinen... So gut ich, ohne gestagert zu werden, die großen kaputt kriege. Bei den kleinen geht das halt gar nicht, ne? Hauptsache, weich halt aus! Wenn du nicht mal weißt, dass ich auf dich schieße, das ist ja schrecklich. Das ist die... viel größere Frage aber eigentlich. Hat das sich gelohnt? Oder hab ich jetzt bloß wieder zwei Milliarden Muscheln gefunden? Das hat ja nicht auch nur Wasser für ein Problem. Ihr könnt doch auch einfach... ...eine Muscheln einsammeln. Das mach ich den ganzen Tag. Und das scheint mir recht lukrativ zu sein, das ganze Geschäft. Jo, die Link, ich musste noch ein paar Sandteufel besiegen. Und generell überhaupt... ...gibt es da so kleinere Probleme, während man das tut, aber... ...sonsten läuft das doch eigentlich. Wo kommt hier noch irgendwas? Die Höhle, der Felsen da vorne hat... Warte mal. Achso, jetzt bin ich wieder hier. Ja, 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 genau. Das ist der Felsen, wo ich schon drauf war, wo der große Schatz war. Dann war ich... Da war ich... Da war ich... Da war ich... Ich hab, glaub ich, alles gesehen. Das könnte sein, dass irgendwo noch einen Teleportpunkt gibt, aber... Was soll's. So, wir müssen noch den Hammer finden und der ist natürlich beim klauenden Gnom... Das ist ein bisschen wie bei den Schlümpfen hier, ne? Ah, nee, doh, wie? Achso, jetzt muss ich... Jetzt muss ich erst zu... Oh, wie ist der Gnom, der mich auf Auftrag hat? Travi? Nee. Malik? Malik, glaub ich, war's. Ich muss erst zu Malik laufen, ihm sagen, dass... Dass Dovi wieder da ist und dann zurück zu Dovi laufen, um zu fragen, wo der Hammer ist. Dovi ist in Sicherheit. Miss Miller? Aber wo er ist gewesen? Er hat sich von einem Typen namens Russell gefangen nehmen lassen. Böse Homies auf Insel? Heu, ich dachte, Homies wären gut. Nicht alle, leider. Hauptsache Dovi zurück. Dann er kann mir helfen. Hier, du hast es dir verdient. Guter Homie. Äh. Ja. Jetzt laufen wir zurück zu Dovi, der übrigens faul da hinten rum steht. Ich weiß nicht, ob der Dovi so motiviert ist, hier irgendjemandem zu helfen. Nee, hm? Jetzt hat sich jetzt die komplette Questreihe aufgelöst. Ach, nee. Ich habe die Quest nicht aktiviert. Nimm gut. Dann finden wir noch den Hammer und dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Ach so, der Hammer liegt einfach drei Meter neben mir. Ich bin einfach nur dumm. Ja gut, dass ich das Questlog nachveraktiviert habe. Dann stell sich vor, ich hätte jetzt hier an jeder Ecke irgendwie rumgesucht und ich hätte ihn in der Tausendjahr nicht gefunden, weil ich natürlich ich bin und im... Ach, egal. Ist das der Hammer, den du suchst? Das ist er. Farmo! Aber wo hat Homie ihn gefunden? Alter... Der lag auf ein paar Kisten bei der Palisade. Nichts weit von Maliks Arbeitsplatz. Hm, Malik wohl blind geworden. Ich glaube auch. Aber weil Homie so freundlich, er bekommt großes Donau. Plezo, Homie. Fünf Goldmünzen und ein Hühnerschenkel? Wahnsinn. Hühnchen. Miam, Miam. Jipp, jipp. Schön. Okay. Wir haben, denke ich mal, alles gesehen. Ich glaube, hier unten waren... Ne, warte, da. Also ich glaube, hier auf der Insel sind noch drei Viecher rumgerannt. So eine Leviathane noch, aber die sind mir eigentlich auch alle egal. Dann fahren wir jetzt zurück zum Schiff und segeln irgendwo hin. Moment, Moment, Moment. Bevor wir das machen, checken wir kurz, ob diese dumme Terranes-Quest hier mit Kristall im Schatten, ob das durch Super hier auf der Insel der Diebe ist. Ist es nicht? Gut. Denn können wir nach Kalador nochmal, ne? Ne, ich wäre eigentlich nach Kila willig. Aber da komme ich auch nicht weiter. Komm, wir segeln jetzt einfach nach Kila. Jupp, jupp, jupp. Und jetzt schlagen wir uns mit dem dummen Kraken rum. Ich hätte vielleicht Feuer speichern sollen. Oh. Der sieht so ein bisschen tot aus. Ist das ein Zombie-Leviathan? Äh. Ja, ne? Ich liebe ja diese Dinger. Vielleicht geht es ja diesmal halbwegs schnell wie... Wie die Felsen sogar nicht? Das ist natürlich sehr schlecht. Da ist es! Habe ich tatsächlich was getroffen? Hm. Ich habe zumindest mit einem Schuss getroffen. Nachdem ich dann immer mal die tolle Idee hatte, dass man auf den Quest-Fall gucken kann und dann dadurch sieht, wo das Vieh herkommt, das ist ein bisschen einfacher geworden, ne? Aber das ist aber nicht. Wer hätte ich... Wer hätte ich verfahren müssen? Wie ist er einfach eiskalt vor meiner Nase? Die spawnt! Alters. Möchte das Vieh jetzt andauernd hinter mir spawnen? Da werden wir mal ein bisschen in Bewegung. Und ich muss es ja zu mir kommen, ne? Die Bubble sollte mich auf keinen... Ist die Zielsorhund? Ich bin aber nicht mehr jetzt gerade real verarscht, wenn ich die Bubble ziehe so und das. Das ist das Glückste, was das Vieh halt echt machen kann, ist mit den... ...mit den Bubble einfach kaputt schießen, bis ich über... ...tod bin. Ja, das Problem ist, glaube ich, ein bisschen... ...hier, wenn ich mit der Hauptkanone schieße, dass es halt ewig dauert. Wenn ich eine volle Breitseite reinkriege, oder sonst ist es eine halbe Breitseite. Denn... ...irgend das Vieh hat guten Schaden. Wenn ich mit der Hauptkanone treffe... Ja, das könnt ihr gerne tun. Ich verstehe immer noch nicht so richtig, was der Plan ist. Ist mein Plan, da ranzufahren und dann einfach durchzuziehen? Trifft mich das? Ich meine, dafür halten hätte es mich wahrscheinlich treffen müssen. Ja, okay. Nur für zu dem Plan. Das ist aber krass, wie... ...meine Brief hier, mein Schiff hier ist, ne? Was ist das Vieh mit davon? Wer ist das? Ja, okay. Wenn es sowieso andauernd verschwindet, nachdem so etwas gemacht hat. Muss ich mal die schicken gehen? Warte. Na gut, bereichert das bei Weitem. So, doch. Ah, so. Ich bin so ein Nachladetime, aber jetzt wäre die Gelegenheit direkt hingewiesen. Ja. Ich denke, wenn es einmal weg ist, kann ich nicht nochmal nachsetzen. Ja, das zieht sich bestimmt wieder ewig lange. Das wäre weniger lustig, wenn es die nicht rumzuleportieren, wenn man da vorher sein könnte, wo es sein könnte. Ja, das wäre in der Tat wunderbar. Verliebe ich weiter, das Vieh. Und wie ist das? Achtung! Da ist es! Also, man sieht ja, wenn die fertig sind mit den Namen, das ist nicht jetzt erst. Ich bin auch blind. Du siehst ja, wenn die Typen da vorne die Kanonen vorschieben. Bei meiner Meinung ist die Grifffähigkeit, das hinter mir jetzt auch nicht unbedingt ist. Wo ist das Fee? Oh, da vorne. Wo gut ist, dass diese komische Handkanonen, die ich hier vorne die ganze Zeit benutze, nach Leerzeiten aus der Hülle hat. Darf ein Ausgüter der Hülle-Kanonen ist. Ja, lass ihn hier hinkommen. Ich ja gerne, aber es ist leider im Wasser. Feuer! Guck mal, jetzt schieben sie nach vorne. Machen Zeug. Und geben Signal. Schön. Oh, das ist auch mal ein Wittertreffer. Das spart mir so viel Zeit. Ja, das war jetzt richtig gut. Weil das kürzt das hier mindestens um fünf Minuten ab. Und mit der Handkanone dauert das ja ewig. Das ist doch geil, dass das Vieh wieder hinter irgendwelchen Felsen gespornet ist, weil ich auch nicht randkomme, ohne jetzt ewig zu manipulieren. Muss ich jetzt wirklich um diese komplette Insel hier rumfahren? Und dann ist das irgendwie wieder verschwindet. Ja, würde ich ja gerne, aber... Was soll ich machen hier? Ich kann halt den Felsen kaputt schießen. Yeah. Irgendjemand muss das ja getestet haben. Wenn sie sich gedacht haben, ja, das ist voll die geile Mechanik. Oder das ist voll das... das geile Minispiel. Das wollen wir haben in unserem Spiel. Wenn direkt eine Welle vor mir ist, kann ich nicht durchschießen. Das ist schon mal natürlich zu wissen. Das ist auch vollkommen. Das ist doch. Das ist irgendwie so eine... 75 Millimeter Autokanone. Wäre jetzt gut. Das war im Prinzip ja nur die Info-Variante für den letzten Film. Wir sollten vielleicht diesmal die Leiche irgendwie auseinandernehmen oder so. Oder irgendwie an Land ziehen und verbrennen oder keine Ahnung. Na ja, jetzt haben wir die Schaft. Schön. Schön, 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 schön. Mann, Mann, das war knapp. Ich dachte schon, dieses Mal erwischt uns das Biest. Ich hoffe, das war jetzt das letzte Seeungeheuer. Ja, ich auch. Wie auch immer, wir haben es geschafft. Gut gemacht, Captain. Das war eine Meisterleistung. Das muss ich dir lassen. An deiner Seite zu stehen, erfüllt mich mit Stolz. Jetzt willst du mich aber verarschen. Nein, wir leben doch noch. Ist doch klasse. Mach ruhig weiter so. Mir gefällt's. Ähm. Was? Ach, nichts. Ist schon gut. Das kann warten. Es ist sehr schwierig, nicht einen gewissen Hass gegenüber Matt zu verspüren. Oh, da sind so noch viele, die sind noch nie so aufgefallen. Naja, unabhängig davon. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an, wenn es wieder heißt Rissen 3. Tschüss. 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 Vielen Dank.